Schlagersänger hält bewegende Antisemitismus-Rede in Weihnachtsshow. Zu Beginn der ARD-Sendung Alle singen Weihnachten versprach Moderator und Sänger Florian Silbereisen, ich mache euch fit für die Feiertage. Dazu gehören offenbar auch spezielle Tipps zum Thema, wie man eine Beziehung in den Ferien übersteht. Für manche Menschen ist es sicherlich nicht uninteressant. Damals hätte niemand gedacht, dass es später am Tag Momente wie das Dschungelkimp geben würde. Aber das Wichtigste zuerst. Wie üblich waren auch dieses Jahr wieder viele Stars der Schlagerbranche, Clubs und Chöre eingeladen, mit uns auf die Bühne zu kommen und Weihnachtslieder zu singen. Den Gästen zählten Pop-Ikone Andrea Berg, Sänger El Afin, Schlagersänger Roland Kaiser, Semino Rossi und DJ Ötzi. Es begann damit, dass der American Sports Club Leipzig Rolf Zukowskis Klassiker Christmas Beekere mit Sänger Oli P. aufführte. Überraschungs-Duo des Jahres für Florian Silbereisen gab es eindeutig noch weitere Vorteile, die Bühne mit professionellen Fußballspielern zu teilen. Ich finde es toll, dass man sich überhaupt nicht bücken muss und niemanden abdecken muss. Der Wechsel zum Backhäusle-Verein Seibrands E.V. war natürlich eine Option. Der Klub spielte seinen Weihnachtshit in Swismir Around the Christmas Tree mit Lucas Cordalis und Jolina Dreefs, die zuvor als Überraschungs-Duo des Jahres bekannt gegeben wurden. Wenn Sie Inspiration für Last-Minute-Geschenke benötigen, können Sie sich von Popstar Ross Anthony inspirieren lassen. Er ist der größte Geschenkexperte der Welt, betonte Florian Silbereisen lächelnd. Zu den Präsentationen gehörten eine persönliche Toilette für unterwegs, eine tragbare Waschmaschine und eine Schlafmaske mit integriertem Bluetooth, die das Publikum zum Lachen brachten. Florian Silbereisens Dschungel-Camping-Momente zusammen mit Christian Ehrlich, einem Artenschutz-Experten. Erfolgreichen Tierfilmer und Reporter erlebte Silbereisen einen persönlichen Dschungel-Camp-Moment. Wie kann ich meinem pelzigen Freund eine Freude machen? fragte Silbereisen ihren Partner. Es begann ganz harmlos. Beispielsweise kann ein Agri-Weihnachtspullover in ein Haustierbett verwandelt werden. Um Vögel im Winter bei Laune zu halten, hilft nicht nur ein Nüstkasten mit Futter, sondern auch selbstgemachte Fettblöcke mit Körnern und Insekten. Das meiste kann man auch selbst essen, betont Ehrlich. Zum Beispiel Mehlwürmer. Komm schon, forderte Herr Ehrlich den Gastgeber auf, es zu versuchen. Man kann es nicht zu stark haben, es schmeckt wie ein verbrannter Weihnachtskeks. Florian Silbereisen streckte zögernd die Hand aus, steckte sich einen Mehlwurm in den Mund und biss hinein. Es schmeckt ein bisschen nussig, nicht wahr? fragte der Naturschützer. Silbereisen verzog den Mund, Mehlwurms Schlussfolgerung klang überwältigend. Ich hebe etwas für Ross Enseni auf. Ich ließ den Mehlwurm stehen und ging zum Stollen. Christian Bröcklemeier liefert seit sieben Jahren die Tunnel für Windsor-Kassel. Nach einem Treffen mit einem der Köche der Königin auf dem Oktoberfest kam es zu einer spontanen Zusammenarbeit und sein Stollen landete in den Händen der Königin. Natürlich seien die diesjährigen Weihnachtsplätzchen, wie Bröckmeier verritt, längst verschickt und gegessen worden. Ich kann sehen, dass die königliche Familie wirklich scharf auf ihre Sachen ist, antwortete Silbereisen und bestand darauf, dass er den Stollen selbst probierte. Herr Bröcklemeier erklärte, dass das Geheimnis der Köstlichkeit in den Makedamianüssen liege. Milwurm ist das sicherlich eine willkommene Abwechslung für Silbereisen. Roland Kaiser hält eine bewegende Rede gegen Antisemitismus unter anderem begeisterte Schlagerstar Roland Kaiser das Publikum mit seiner Neuinterpretation von Santa Claus is coming to town und sorgte für einen berührenden Moment. Die Augen des 71-Jährigen füllten sich mit Tränen, als er auf sehr persönliche Weise über dieses Jahr nachdachte. Dieses Jahr endet für mich ein wenig traurig, aber ich denke, es ist auch für uns alle. Konflikte wie der Nahe Osten sind für uns schrecklich. Die Tatsache, dass der Antisemitismus in unserem Land wieder ausbricht, macht mir große Angst. Das ist etwas, das uns alle aufweckt und uns alle in Angst und Schrecken versetzt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas in meinem Land noch einmal passieren würde. Ich glaube nicht, dass wir unmenschliche Taten begehen sollten. Das stimmt, stimmte Florian Silbereisen zu. Dennoch haben wir die Hoffnung, dass wir es schaffen. Es gab großen Applaus vom Publikum. Roland Kaiser beschreibt das größte Glück der Weihnachtszeit. Unsere Herzen sind wärmer und unsere Taten sind ein bisschen besser. Es gibt immer noch keinen Hinweis auf die zu Beginn der Show versprochene Beziehung. Das sagt die Paartherapeutin Jana Mieswenz. Ich möchte Paare dazu ermutigen, sich von ihren Unterschieden inspirieren zu lassen. Dies kann eine Chance sein, sie weiter zu entwickeln und zusammen zu leben. Da kann man jedenfalls einen Daumen sein. Früher kam die Abwandlung und Anspruch zu haben. Ich treffe mich um ein bisschen besser. Die Abwandlung ist ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020